wieder loslegen lieblings map wo seid ihr denn alle meine denn alle meinen mein team oder was mal gucken ja scheint so dazu müsst ihr aber jetzt ein bisschen leise ich brauche auch ein bisschen wobei ich glaube ich habe auch in einer anderen boah alter zwei typen einer machen mich fertig da war er weg ich weiß nicht wer gegangen ist keine ahnung irgendeiner wird schon gegangen sein oder auch nicht das war aber nicht so genau machen ich bin jetzt mal gespannt ob das auch wirklich funktioniert unseres team ist jetzt schon mal am abfluten nico bist du eigentlich gut sag mal gut jetzt kommt die antwort ja oder nein ich schätze dich ein erst gut aber schon lange nicht mehr gespielt nico bist du überhaupt ich suche dich gerade in welcher platz bist du sucht dich gerade zwei also du bist jetzt auf der zweiten position oder was jetzt in dieser liste da das war okay da bin ich wieder am ablosen auch jetzt die hauen wieder rein die typen aber das wird auch action reiche runde ist doch hammer die hauen dermaßen rein ist doch wahnsinn steckt euch mehr an männer aus Ich bin zwar schon keine große Hilfe, aber ich versuche alles. Ich bin auf dem seltenen Sniper getötet. Alter, warum ist der nicht tot? Alter, das geht nicht. Warum hält der so viel aus? 50 habe ich den abgezogen. Was? Das ist echt bitter, Alter. Also, wo noch hinschaut. Überall liegen die Sniper. Ey, guck mal, überall die Sniper. Ja, ja, die sind überall. Die campen wie, sie sind scheiße. Die campen wirklich wie, scheiße. Ich bin jetzt gegen den Garnus eingestritten auf Rackenburg jetzt. Bitte? Jetzt gibt es nur noch einen auf dem großen Container. Die anderen beiden sind erst mal weg. Hm. Komm ran. Nee. Das wird gar nichts jetzt hier. Ja, hallo. Hi. Ja, guck mal, komm mal an unsere Runden an. Ah, nee, kass, jetzt ist aber... Ich bin ein Rankator. Die meinten gerade eben, und Annel ist feucht und horny. Hahaha. Feucht? Hm. Was edles. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Ein Mause-Schwein. Ohohohoho. Warte mal, ich muss mir mal kurz meine Zwölfeln. Ey, ihr sind so abfackt, Sniper. Glaubst du? Ja, auf jeden Fall. Die ballern wie die behämmern. Warte mal, ihr müsst ein bisschen leiser sprechen. Ich habe eine Killteam hier. Kann Heaps-Brick gerade nicht leiser stellen, da ich im Spiel bin. Okay. Der hat kass, das kommt nicht aus. Was für eine Runde, Alter. Campen wieder hin. Ja, guck mal. Nee, ich habe schon Bock mehr. Ich spiel. Eine Minute. Scheiß auf die eine Minute. Ich spiel jetzt lieber als Turm, einfach mal. Ich spiel mich auf, einfach mal. Boah, Alter. Egal, wo man schon geht. Ah, da oben steht es einer wieder. Und wartet wieder, bis wir rauskommen aus unserer... Alter, das ist so behämmert, Alter. Kriegeklaut, Alter. Heißt Kiehlz zu laden. Alter, wo kommt denn der noch her, Mann? Ich dachte, hier habe ich Deckung. Ach, du hast denn jährlich Deckung? Ich meine, Mitspieler, die sind nicht der Hellsten manchmal. Die Wahrheit von TeamDef, Mensch. Du hast nur zwei Deckung. Teehlich und allein im Stich gelassen. Ja, das stimmt. Das habe ich auch wieder merkt. Alter, du hast mein Team, Alter. Ich meine, die meisten von uns sterben irgendwie im Spawnpunkt. Ja. Das gibt mir manchmal genauso. Spawn Trapping nicht unbedingt, aber überhaupt Spawn. Killing, ja. Ich bin jetzt allein. Spawn, aufhören, fach, 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 fach. Digga, wer war das? Na wer wohl? Ach so. Ja. Da siehst du mal, ne? Es gibt nur einen, der das gerne macht. Luka. Jo. Die schießen uns schon beim Spawnpunkt und ich komme gar nicht mehr weit. Alter, drei Mann stehen da und warten, bis wir rauskommen, Alter. Das ist doch nicht euer Ernst, Alter. Was mache ich denn jetzt? Nein. Nein. Triple Kill und dann der Ace geklaut. Ey, nein, wenn er das jetzt verkackt, ne? Wenn er jetzt so ein scheiß Internet hat. Alter. Oh, wehe. Oh, wehe. Er ist nicht normal. Er ist nicht normal. Er ist. Er ist disconnected damit. Wenn wir nochmal jetzt sehen, wir ziehen, wir gehen hier noch rein, kommt. Scheiße, es ist nicht wahr. Er ist echt disconnected und der andere hat nicht, er hat nicht gerellt und ist einfach die, er hat einfach nicht diffused. Er hat einfach nicht gerellt. Wie schlecht sind die, Alter? Kröte Spieler hat es gleich einfach mit dir denkt. Ja gut, die haben einen High-Rank dabei, ne? Einen. Und der macht eigentlich ganz gut Kills, eigentlich. Die Waffe ist aber nice, die Schrotflinde war geil, die grüne. Alter, wie heißt der... Yo, das ist voll der Noob mit der AK, Alter. Ist echt nicht normal. Ich bin letzter, gegen drei.